Hey Leute, jetzt wie versprochen mein Feedback über die vergangenen 100 Tage und auch mein Ausblick, wie geht das Ganze denn weiter. Viele von euch haben sich bestimmt schon gefragt, was passiert jetzt nach den 100 Tagen mit dem Channel, was steht als nächstes auf dem Programm und jetzt wollte ich als erstes mal kurz ein Feedback über die 100 Tage geben. Also wie ihr euch schon sicher denken könnt, waren die 100 Tage ein voller Erfolg. Dass sie so gut werden, hätte ich mir nie gedacht. Hätte man mir im Vorfeld der 100 Tage die Zeiten von meinen Landesmeisterschaften verkauft, ich hätte sie genommen, dankbar. Und dass da noch eben die Zeiten in Wuppertal drauf kamen, das war einfach nur eine geile Zugabe und eine Bestätigung durch unser hartes Training. Wir haben einfach von A bis Z, von Anfang bis Ende, fokussiert und konzentriert gearbeitet. Ein Fundament war dabei sicherlich die Athletik und die Kraftebene, auf der wir eben sehr viel gemacht haben. Und ein ganz anderer Baustein war aber eben die veränderte Ernährung, eben hochwertigere Sachen, nicht mehr so viele Ausfälle durch Krankheit, nämlich genau null. Ich hatte keinen einzigen Tag, an dem ich nicht trainieren konnte, beziehungsweise ich hatte natürlich mal Tage, an denen ich nichts gemacht habe, aber ich war 100 Tage lang kerngesund. Das war auch sicherlich meiner guten Ernährung geschuldet und wir haben natürlich die nötigen Inhalte auch im Wasser umgesetzt. Denn man, das was man an Land macht, muss man auch erstmal im Wasser umsetzen können. Es hat also alles gepasst und jetzt geht es natürlich weiter. Ich habe jetzt auf, ja, da kann man gar nicht so sagen, also ich habe jetzt national, habe ich alle Wettkämpfe mitgenommen, die man bestreiten kann. Und jetzt möchte ich eben langsam mal einen Schritt weiter kommen, denn ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und mein Ziel für 2015 wäre jetzt eben, einen internationalen Wettkampf zu bestreiten. Da gibt es mehrere Optionen und welcher das genau sein wird, steht dann noch im Raum. Muss man auch erstmal das Training abwarten, wie es so weitergeht. Aber das wäre mein Optimalziel, einen internationalen Wettkampf, also eine internationale Meisterschaft im Jahr 2015. Das ist soweit von mir. Ich habe jetzt gerade schon mein Training geschafft. Ich bin ein bisschen platt, waren über 2,6 Kilometer intensiv richtig geballert. Und ich bin jetzt, ich habe jetzt nach Wuppertal erstmal zwei, drei Tage ein bisschen gechillt, ein bisschen locker gemacht. Und bin jetzt seit einer guten Woche wieder im Training. Und jetzt geht es weiter, nochmal ein Wettkampf, jetzt am Wochenende in Singen, wo ich nochmal, ich glaube, 13, 14 Starts habe. Und es wird nochmal richtig intensiv, die Spitze vor Weihnachten. Und dann geht es erstmal ganz kurz in den Weihnachtsurlaub. Und danach wird wieder hart geschoben. Ich bedanke mich bei euch allen für die Unterstützung in den letzten 100 Tagen. Ohne euch wäre das sicherlich nicht so gut gelaufen. Hätte nicht so viel Spaß gemacht. Ich wäre nicht so motiviert gewesen, meine Ziele zu erreichen. Und wir sehen uns wieder bei den nächsten Wettkämpfen im Training oder hier auf Facebook oder bei YouTube. Macht's gut. Haltet euch selber fit. Euer Dominik. Ciao, ciao. Ciao.